Könnte jetzt was werden. Oh, da ist er vorbei am Verteidiger. Da kommt der Schuss. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor, ist das bitter. Eigentor, das ist bitter, unfassbar. Das Eigentor müssen Sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen.